Moin, Dero. Jo, moin. Schön, dass es mit diesem Interview geklappt hat. Jo, freut mich ja auch, ne? Ja, dann lass uns doch gleich mal beginnen, oder? Jo. Du hast dich vor kurzem für Dependent SPKR als den Vertragspartner deines Vertrauens für dein neues Soloprojekt, Dero Goy, entschieden. Wie kam es dazu? Erstmal muss ich sagen, dass ich nach über 30 Jahren als Frontmann bei UMF überaus froh bin, mit SPKR Dependent einen international erfahrenen, verlässlichen und engagierten Partner gefunden zu haben, der meinen neuen musikalischen Weg absolut versteht. Schon nach dem ersten Treffen zeichnete sich deutlich ab, dass wir bestens miteinander klarkommen und ich in meiner künstlerischen Freiheit verstanden und ernst genommen werde, was für mich persönlich die Grundvoraussetzung für erfolgreiche Zusammenarbeit ist. Ich bin jedenfalls überaus glücklich, das neue Material im Herbst 2023 bei SPKR Dependent weltweit releasen zu können. Darüber hinaus schätze ich die Tatsache sehr, dass mit Stefan Herwig ein genauso alter Hase wie ich im Boot sitzt, der in derselben Zeit wie ich aufgewachsen ist und in etwa die gleiche musikalische Prägung wie ich aufweist. Wie kam es eigentlich zu dem Split mit UMF nach über 30 Jahren? Wenn man den mannigfältigen, zum Teil recht abenteuerlichen, teilweise wirklich unterhaltsamen, weil belustigenden und zuweilen überaus kruden, weil hanebüchenden Gerüchten über meine Person Glauben schenken darf, dann war mein Bekenntnis zu Jesus Christus als wiedergeborener Christ der einzige Grund für unsere Trennung, aber das natürlich völliger Unsinn. Das Ganze war absolut keine Sache, die sich quasi über Nacht abspielte, sondern etwas, das sich über einen langen Zeitraum mindestens über 10 bis 15 Jahre hinweg anbahnte. Wichtig ist, dass wir uns nicht im Krieg getrennt haben. Ich wünsche den beiden deshalb auch von Herzen alles erdenklich Gute für ihre weitere musikalische und private Zukunft. Der Split war also definitiv etwas, was im beidseitigen Einverständnis getroffen wurde, sodass letztlich alle Beteiligten mit der Ist-Situation zufrieden sind. Auch wollten wir uns gegenseitig keine Steine in den Weg legen, was ich für eine derartig lange Zeit, in der wir gemeinsam in einer Band waren, absolut positiv finde. Wer meine Texte über die letzten 30 Jahre verfolgt hat, wird wissen, dass Gott bzw. Glaube immer eines meiner Leitthemen war. Textlich habe ich mir somit immer schon die grundsätzlichen Fragen gestellt. Woher komme ich und wohin gehe ich? Und was mache ich am sinnvollsten in der Zwischenzeit? Aufgrund meiner zum Teil nicht sehr schönen Kindheit und Jugend, die vor allem geprägt war von Sucht und Gewalt, hatte ich vieles von dem, was mir passiert war und der damit verbundenen Gemengelage aus Scham, Schuld, Trauer, Angst, Aggression, Depression, Wut und Hass auf Gott projiziert und war deshalb auf ganz extremem Kriegsfuß mit ihm. Einerseits hatte ich für mich noch nicht begriffen, dass Religion bzw. die Institution Kirche, die ja auch mit vielen widerlichen Skandalen in Verbindung steht und wirklicher Glaube zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind. Andererseits war ich aber noch viel zu verletzt, um mich Christus wirklich öffnen zu können. Das geschah dann erst durch eine Ansammlung diverser familiärer Schicksalsschläge in kürzester Zeit hintereinander, wie zum Beispiel der Krebserkrankung meines jüngsten Sohnes und dem kurz darauf folgenden qualvollen Tod meines Vaters, der durch seine jahrzehntelange Alkoholsucht bedingt war. Über diese Jahre hinweg, in denen ich mich dann schließlich sukzessive der höheren Macht öffnete, die ich in Jesus Christus fand, begann meine innere Heilung. Was mein Glaube nun für mich im Alltag bedeutet? Ich bin von meinem tiefen Kindheitstrauma und der daraus resultierenden jahrzehntelang schweren Depression geheilt worden und fühle mich nun erstmals in meinem Leben von meinem Gott, Heiland, Schöpfer und Retter, Jesus Christus, von all dem befreit. Völlig angenommen und endlich angekommen. Und das ganz ohne, dass jemand an meiner Tür geklingelt hat und gefragt hat, sind sie auch interessiert an einem Leben mit Gott. Wahrer Glaube kann eben nur von innen herauskommen und nie von außen. Du kannst niemanden dazu zwingen, zu glauben. Man muss sich selbst öffnen. Anders funktioniert das nicht. Es gibt viele Gerüchte um deine Person. Viel stille Post. Man munkelt unter anderem, du seist nun homophob. Was ist an diesen Geschichten um dich dran? Genau das ist doch das Problem im Zeitalter der sozialen Medien. Der sogenannte Filterblasen- und Echokammer-Effekt. Die meisten Menschen beschränken sich mittlerweile leider auf das virtuelle Tratschen hinter dem Rücken einer Person, anstatt mit dem Betreffenden direkt ins Gespräch zu kommen. Die direkte argumentative Konfrontation scheuen die meisten aber leider mittlerweile. Natürlich habe ich auch schon einige sehr krude und absurde Dinge über mich gehört und gelesen, die meisten davon sind aber eher zum Schmunzeln, als dass ich mich darüber in irgendeiner Weise ärgern oder echauffieren würde. Nun zum Vorwurf der Homophobie. Eine Phobie impliziert immer eine Angst vor etwas. Ich habe aber überhaupt gar keine Angst vor Schwulen, Lesben oder Transpersonen. Mein Glaube verlangt sogar von mir, dass ich meinen Nächsten liebe, ganz egal übrigens, ob dieser ein Muslim, Transmensch, Atheist oder Homosexueller ist. Durch meine jahrzehntelange Tätigkeit im Musikbusiness habe ich natürlich mit vielen Schwulen und Lesben zu tun gehabt und habe die queere Gemeinde nie als menschlich negativ empfunden. Als Christ habe ich aber einen festen bibeltreuen Standpunkt. Das bedeutet vor allem, dass ich selbst und alle anderen Menschen vor Gott schuldig sind und dass wir deshalb alle die Vergebung Gottes brauchen, die er für uns am Kreuz geleistet hat. Dieses Geschenk, dem wir nichts hinzufügen können, dürfen wir freiwillig annehmen. Das habe ich getan und ich habe das noch keinen Tag bereut. Selbstverständlich lehne ich persönlich radikale Christen ab. Die Frage ist, ob es das überhaupt gibt oder ob das nicht ein Widerspruch in sich ist. Wenn jemand zum Beispiel mit geladenem Gewehr vor einer Abtreibungsklinik im Gebüsch lauert, um den praktizierenden Arzt ermorden zu wollen, dann ist das alles aber nicht christlich. Da kann sich einer noch so oft Christ nennen. Er ist dann einfach kein Christ, wenn er das tut. Hingegen sollte es absolut legitim sein, friedlich gegen Abtreibung zu demonstrieren. Wo ist das Problem? Wir leben doch in einer freien Gesellschaft. Darüber hinaus finde ich, dass sich jede gesellschaftliche Gruppierung Kritik und auch Satire stellen muss. Da gibt es keine Ausnahmen. Ich als Person, aber auch als Gläubiger an Jesus Christus, muss Kritik an meiner Person oder an meinem Glauben aushalten können. Und ich weiß, dass es auch Satire gibt über das Christsein. Monty Pythons Life of Brian zum Beispiel. Will ich, dass das verboten wird? Nein. Es ist von der Kunstfreiheit gedeckt, von der Meinungsfreiheit. Und das ist auch okay so. Ich glaube an keinen Gott, der nicht selbst alles im Griff hat. Der braucht mich gar nicht dazu, um andere Menschen zu richten. Natürlich habe ich meine Meinung über Dinge und habe für mich auch meine moralischen Grenzen. Aber ich gehe doch nicht davon aus, dass nur weil jemand den Film Life of Brian toll findet, dass er deswegen gleich alle Christen töten will. Und genauso muss auch jede andere gesellschaftliche Gruppierung Kritik, Satire, Ironie über sie aushalten und ertragen können. Ansonsten offenbart sie ihren zutiefst narzisstischen Grundcharakter. Ironischerweise macht sich ja der Film Das Leben des Brian über das Christentum und über Transmenschen lustig. Rückblickend schon echt skurril. Aber ihr kennt bestimmt die Szene. Ich möchte, dass ihr mich von nun an Loretta nennt. Was? Ich möchte eine Frau sein und Kinder bekommen. Aber du hast doch nicht mal eine Mumu oder eine Gebärmutter. Möchtest du dein Kind etwa in einer Zigarrenkiste großziehen? Und seien wir doch mal ehrlich, wenn ich als wiedergeborener Christ diesen Film ertragen, diesen Film aushalten kann, dann sollte es die LGBTQ auch können.